Jemand will dir dein Schwert stehlen. Unmöglich. Wer auch immer die Hand an meine Waffen legt, dessen Kopf rollt. Und falls du vom Schwert unseres Ahnenvaters Erik Eisenfaust redest, das ist sicher verwahrt. Bist du dir sicher? Natürlich. Ich habe mich selbst darum gekümmert. Nicht einmal die Outlaws wären so dummes zu versuchen. Hooray. Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Hör dich in der Stadt um. Meine Leute haben allerhand zu tun und stoßen immer wieder auf Probleme. Der ein oder andere scheint damit überfordert zu sein und tut Dinge, die nicht im Sinne des Gesetzes sind. Geh ihnen zur Hand und halt dich an unserer Regeln. Das bedeutet? Tue nichts, was unsere Gesetze verbieten. So einfach ist das. Ich arbeite nicht umsonst. Das Angebot ging doch von dir aus. Ich helfe euch, weil ihr mich braucht. Dann behalt einfach die Splitter, die meine Leute dir geben. Und was ist mit dir? Ja, denkst du, mir sitzen die Splitter locker in der Tasche? Almosen gibt es bei mir nicht. Pack mit an und du wirst entlohnt. Oh, wie kann ich den Chefbad retten? Woher kriege ich so eine Rüstung? Ha, das könnte dir so passen. Du hast wieder den Rang eines Sitzers, geschweige denn eines Kriegers. Und du willst die Rüstung eines Warlords? Warum nicht? Langsam, Freundchen. Beweise mir erst einmal, dass du zum Sitzer taugst. Also, mach dich in der Stadt nützlich. Und wir können noch einmal über eine bessere Rüstung für dich reden. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich bin im Vor gewesen. Dann raus damit, was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich. Ich hatte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das. Was meine Untersche- Ah. Kann noch nicht beitreten. Nöp, nöp, nöp. Der Outlaw ist Geschichte. Du hast ihn also getötet? Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich hatte schon Bedenken, dass... Naja, wie dem auch sei. Hier hast du etwas von meinem Ersparten. Soll ja nicht umsonst gewesen sein. Ah, hab ich ein Level-Up. Lass deine Technik lieber stecken. Sonst passiert noch jemandem etwas. Ah. Natürlich. Lass dich stecken. Okay, gehen wir diese Mission angehen. Oh, warte mal. Was für eine Suicide Mission. Ein Suicide Run. Ich hab mir bei meinem Webcam-Filter übrigens noch ein bisschen was dazu eingebaut. Eine... Selbstgemachte Verschärfungs-Mord. Der mich mehr comic-haft ausschauen lässt. Ich sollte mir zuerst mal Sachen reingehen. Bevor ich ins Ungewisse hoppe. Oh, das ist gebratenes Fleisch. Quicksalot. Hier. Wo haben wir noch gute Tränke? Haben wir noch Tränke? Keiner Heiltrank. Ja, nein. Scheiße. Miest. Ja, das wird ein Suicide Run. Was haben wir hier oben? Ach, ignorieren wir das Viech? Ich schätze, hier passen wir besser. Ich schätze, hier sind haufenweise Leute, die mich so fortzulegen werden. Du wirst mich noch kennenlernen. Ja, das war ein Banditenlager. Wir rennen mal durch. Ha. Das schafft Ray doch nicht. Das ist eine gute Wahl abzuhauen, Ray. Wir holen uns lieber den Kleinen da. Die gehen ja. Oh, er ist ausgewichen. Okay. Ein Glitter, den schaffen wir. Oh, dieses Teil. Ich muss wohl sammeln. Ich muss mich nicht beweisen hier. Ratten, Ratten schaffen wir. Das hat Gott selber automatisch gespeichert. Ich weiß nicht, warum ich noch mal speichere. Komm schon, Ray. Die Ratten, die schaffen wir. Ei, ei, ei. Noch eine Ratte. Oh, nein. Ein Wühler. Noch schlimmer. Das Biest kaufe ich mir. Okay. Okay. Die Ratte ist besiegt. Den Wühler schaffen wir per Put. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okufryer coming back. Was? Oh, Ray. Mach schau. Ray macht Arbeit. Das habe ich mir nicht gedacht. Die Dinger sind mir unheimlich. Du musst uns verschwinden. Ah, Press Array. Während ich zum zehnten Mal in einer Minute Weg speichere. Oh. Elex Lager. Heiltank. Nice. Objekse. Bild Dinosaurier. Ich habe ganz vergessen, bei diesen Dürmen ist Haufenweiß Elex immer. Und Zaubersprüche. Also, die sind nicht schlecht zu looten, aber da mal nicht da auf die Fresse zu bekommen, ist was anderes. Und anscheinend ist es auch giftig. Mehr Ratten hier drüben. Nein. Okay. Komme ich hier vorbei? Komm schon. Hauen wir uns einen Snack rein. Okay. Ich sehe dich. Ich vertraue unseren Fähigkeiten. Der hat einen toten Kopf drüber. Ich vertraue nicht unseren Fähigkeiten. Und halte lieber Abstand. Okay. Was sagt die Karte? Ops. Falsch. Was sagt die Karte? Wie weit ist das nächste? Rechts hinter uns. Hier drüben. Direkt bei dem Fisch vorbei. Nice. Wir rennen einfach drüber. So, als wäre nichts unter uns. Nichts Gefahr unter uns. Ich denke, dann werde ich das Teil mir holen. Natürlich ist Ray wieder nicht da. Jetzt ist er da. Gib Schem. Gib ihm. Ray hat mich geblockt. Der Wuchtschlag macht gar nichts von mir. Haben die den gepatcht? Gibt es nicht. Ich habe den fetten Meck unten gesehen. Mit dem brauchen wir uns nicht anlegen normal. Also, ich muss dazu jetzt. Wo zum Teufel? Hier oben. Was? Du willst, dass ich reingehe? Nein. Mist. Mist. Wir wollen wirklich, dass ich hier reingehe. Ich dachte, das wäre eine leichte Mission. Deswegen habe ich sie ausgewählt. Oh. Das Biest kauf ich mir. Treffe ich das Biest? Ich treffe es. Ray geht in den Nahkampf. Sehr schön Ray. Miese Gegend. Ganz miese Gegend. Naja, es regnet. Das Ding ist mies. Das sind fette Raptoren. Den brauchen wir uns nicht fighten. Ja, ich hätte es. Die wollen, dass ich da wirklich reingehe. Ich dachte, ich muss draußen was looten. Aber nein. Die wollen, dass ich reingehe in den Converter. Ich glaube, das war letztens sogar machbar. Katzen. Krass. Oh. Krass. Oh, Kamerashake. Und ich krieg meinen Arsch pro Sold. Komm schon, Ray. Eieiei. Oh, Mist. Oh, Mist. Weil ich wieder einmal nichts speichern muss. Oh, irgendwo hab ich eine Drohnenkontrolle nochmal. Die kann ich mir dann für die Drohnenkontrolle machen. Wenn wir den Fight drüben einsetzen. Okay, Ray. Holen wir uns das Ding nochmal. Speichere ich einmal nicht alle 5 Sekunden. Sofort bereut. So nicht, Freundchen. So nicht, Freundchen. Das glaube ich dir nicht. Er hat mich wirklich erwischt. Okay, wir probieren. Wir verstehen es, wir verstehen es. Oh, Alex. So. Jetzt. Was haben wir? Machtstoß, Objekt, Sicht, Heilung. Das ist nicht was ich brauche. Das wird vielleicht trotzdem nützlich sein. Feichern und in den Fight rein. Ich hoffe, ich kann die Katze nicht überspringen diesmal. Oder brauche sie überhaupt nicht führen. Kann der Typ aufhören zu schießen. Wir machen eine andere Mission. Eine andere Mission. Wir machen eine andere Mission. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Nee. 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 Oh, Mist. We will be back. Wir versuchen jetzt hauptsächlich kleinere Missionen abzuhacken. damit wir aufleveln und sehen sie mal eine... Unterbrich mich mal, Junge. Kleines Viech. Nice. Nice. Gute Arbeit. Ich sollte eben ja in dieser Zone da mehr beleveln. Und von dem, was ich gehört habe... Ich glaube, das ist in der Anfangsmap am leichtesten Sensor. Okay, du. Du! Explain yourself. Scheiße! Habt ihr Penner mich also endlich gefunden, ne? Sieht so aus. Steck dir dein Sieb so aus sonst wo hin. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Hau ab! Du bist nicht in der Position, mich zu beleidigen. Posi, was? Komm mal runter von deinem hohen Ross. Also gut, was willst du? Was machst du hier? Ich warte auf deine Mama. Was denkst du wohl? Ich warte hier auf meinen Handelspartner. In die Stadt lassen sie mich nicht mehr. Wartest du auf Ornir? Ja, woher weißt du das? Er schickt mich. Na toll. Jetzt kommt er nicht mal mehr selber, oder was? Ich soll dich töten. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieser kleine Pisser. Hör zu. Ich will, dass du zu Ornir gehst und ihn dazu bringst, wieder mit mir zu handeln. Wie du das anstellst, ist mir egal. Womit handelt ihr? Für gewöhnlich kam Ornir hier raus und brachte mir ein paar Gerätschaften mit, die er beim Schlund klauen konnte. Ich gab ihm dafür einen Beutel Splitter und alle waren glücklich. Ich glaub nicht, dass ich glücklich bin. Ich mache mit dir keine Geschäfte. Muss ich dir erst Verstand einprügeln? Du tust besser, was ich dir auftrage, oder du hörst das Gras wachsen. Vergiss es. So? Dann sorge ich dafür, dass du das hier nicht vergessen wirst. Komm her! Jetzt bist du dran! Uh! Erkitzig! Erkitzig! Passt selber! Wow! Ray, hilfst du mal! Ray! Ray, scherz nicht! Das war mal was! So geht der, für den Schritt ab! Oh mein letztes, großer Treib. Gute Arbeit, Ray Ray, nein, Ray scherzt nicht Ray, Ray scherzt nicht Es schert ein Ray nicht Ich hasse dich, Ray Ich hasse dich Ich sollte ihn einfach an Wyatt verkaufen Ich hole raus wieder das Teil Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Pfeiler wechsel Ach, wie wechsle ich Pfeiler Nein Na warte Ah, jetzt greift er an Ich darf anscheinend einfach nicht mehr reden God damn it, Ray You useless bastard Haben wir hier noch was, eine Öllampe Yay So, schauen wir uns in den Häusern drüben an Hier haben wir Häuser Rechts haben wir was, links haben wir eine kleine Ruine Dann ist Action Time Ich habe eine Armbrust bekommen Yay Irgendwas interessantes hier Ein paar Flieger Gehen wir zu den Häusern Anscheinend muss ich mich extra bemühen, dass Ray irgendwas macht Das schaut nach Gegnern aus Yep Das sind auf jeden Fall Outlaws Ob ich die zerlegen kann Wir werden es gleich herausfinden Nach einer Brause-Pause Komm Ray Komm Ray Ich schätze, hier passen wir besser auf Jetzt bist du dran Ja, was sag ich Wow Das war natürlich wieder klar Ich schalte mich wieder mit dem fetten Boss herum Kommen die rauf Kommen die nicht rauf Was ist denn jetzt gerade abgegangen, Dom? Was ist denn jetzt gerade abgegangen, Dom? Ah, die Besserie Der hat einen Slipper Nee, ist nicht mein Fight Ich sehe schon Ich kann den Tag gar nicht erwarten Wo ich mal nicht zu schwach bin Oh boy Was war das für ein Geräusch? Oh Das ist genau ein Putsch Das ist genau ein Putsch Wenn dann Wenn dann das Okay Suchen wir uns andere Gegner Bevor wir wieder in die Stadt gehen Ich werde versuchen Ach, da ist Gift Ich habe einen Giftdrank Den kann ich mir reinbüren Antitoxin In Quick's Cloth Okay Probieren wir es Ich warte hier Natürlich tust du das Was würdest du sonst tun? Ach komm Irgendwas am Dach Ich habe es sonst drauf gehofft Ob ich Zeit habe, dass ich Zwinge Das ist eine Waffe Wenn dann Ziemlich dunkel hier drinnen Höcher Wenn dann was Liebe Brands Was werde ich brauchen noch? Wenn ich mir diese Banditen dann zusammen Kleben will Okay Raus und heilen Da ist wieder was Böses Heilung Ich warte hier Ich warte hier Okay Okay, wir holen ab Loaf Raus und heilen Raus und heilen Verfolgt Ich mach das Das will ich auch hoffen Mach es weg, Ray Mach es, Ray Sehr schön, Ray Gute Arbeit Den wir nochmal reinlooten Machen wir ein bisschen Fleisch rein Das ist das Viech gerade Da oben rumgeklitscht Bin wir dann nicht mehr zu schwach Dass ich Den nicht mehr ganz Aushalte Da war es doch eben nur Nein Okay Wir riskieren es Wir riskieren es Ich hoffe ich habe Das nicht durchgelotet Von Die Knochen haben wir Oh ey Und jetzt verschwindet Oh, Klebeband Das war es alles wert Kleiner Elex-Trank Die sind auch wichtig Eine Waffe Wären wir zwar lieber Aber Okay Jetzt wird es schon langsam Zach Oh, jetzt riskiere ich schon Ziemlich stark No Sch Schatz Lauf 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 Natürlich tue ich das Wo ist das kleine Viech Okay, es bleibt zurück Oh Ich habe es überlebt Ach Nehme ich das Haus noch mit Ist doch egal Ich habe hier genug Gebratenes Fleisch Er wird gleich kotzender Typ Was ist das So was So nicht, Freundchen Naja Ist ja schon Nur nicht treffen lassen Viel speichern Viel speichern Oh, nein Nicht rausgehen Wenig brauchbares in den Trümmern hier Was Gute Becher Dreckige Listen Er sagt Wenig brauchbares Ha Ich bin nicht gut genug Mit dieser Einstellung Ich kann mich nicht erinnern Ob was Gutes Jemals in diesen Was ist das Ein Buch Das hat keinen Wert Mehr Bücher Die keinen Wert haben Ich bin mir nicht sicher Ob was Gutes Jemals in diesen Grundrinnen war Aber Derweil finde ich sowieso nicht Viele Sachen Außer Teller Und Besteck Manches kann man mitnehmen Gute Gabeln Ich weiß nicht Ob das Bezümmelig random ist Dass man die Größten Drecksachen Mitloten kann Geräte, Stein, Geld, Pimmel, alte Münzen Oder ob das Einfach dazugehört Zu diesem Spiel Muss nicht unbedingt Diesen ganzen Dreck Loten Ich weiß nicht Was ich damit sagen will Aber Ich habe genug Gute Messer Anscheinend schon Teile Ich habe diese Nicht für die Armbrust Da brauche ich Bolzen Diesen Liegen kann ich mich Auch nicht entspannen Rechnung schreiben Car Warranty Okay Hier werden die Häuser Abloten Wir hoffen Dass ich irgendwann mal Was Gutes bekomme Ja Wenn ich mich erinnern kann War hier keine Quest Ich bin dunkel in diesen Häusern Schöne Couch Normaler Brief Anscheinend darf ich dann Briefe lesen Beschissenes Tagebuch gelesen War nicht geklickt Ich hätte mir anscheinend Doch kein Fleisch reinhangeln müssen Da liegen doch Sachen am Boden Nein Ich höre da was Ich bin schon ein Frosch Das Meister aus dem Schuttier Haben sich andere schon geholt Ach Das ist Ray Ich dachte du bist ein Schrott Dumbline Star Wars Hast nicht davon sehr viele Quali Das ist nichts Okay Quali Nicht viele Qualis hast Da waren wir doch schon überall Nein Mana Isium Ah Viel zum Lesen Kann ich die Tasche looten Nein Okay Das vergiftete Haus Hat anscheinend die beste Loot gehabt Du Du stirbst jetzt Bam Ich könnte meinen Wuchtschlag upgraden Jetzt würde ich schon besser da hinkommen Oh ja Gott Ich weiß gar nicht Für was ich das noch schnell brauchen werde Okay Dieses Haus noch fertig looten Das Haus kommt mir bekannt vor Für beschwollen Spiel Gleiches Hausmodell wird öfters benutzt Oder ich war wirklich schon mal hier Nee Vielleicht war ich doch schon mal hier Okay Jetzt bin ich zu verwirrt Ich schaue nochmal was hier liegt Warte mal Dort nicht gekommen Okay Ich bin verwirrt Gut zu wissen Wenn die Viecher nicht wären Eigentlich ganz nett hier Ja Normales Ray die Wüste gewohnt Und Star Wars auch Oh Irgendwas noch interessantes hier Vielleicht ein Unhalt Nein Diese Viecher Die mag ich nicht Okay Mal ob ich noch was sehe Auf meiner Karte Ein kleines Viech Das Gebäude Wir gehen zum kleinen Viech Was mache ich hier Was mache ich hier Wir haben gleich Okay Haben die sich jetzt gegenseitig zerlegt Great Komm schon Mann Ich lecke hier ziemlich durch Baum durch Mach es weg Mach es weg Wo ist der kleine Beißer gestorben Wo ist der kleine Beißer gestorben Hier Ich sollte mich in die Stadt teleportieren Bevor ich noch mehr Ist das die Stelle wo ich schon war Ja Wir gehen die Stadt Wir sehen uns später Bam Um